Aber es sieht einfach aus, als wäre es ein fucking Ninja Turtle mit Mutantenakne. Das ist genau das, was Sliffes am besten trifft. Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Die trubsten Gewässer sind sein Zuhause, dort findet er Perlen und Schätze zuhauf. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Film-Liebhaber und die, die es noch werden wollen. Hallo zusammen, liebe Freunde der Trash-Film-Kunst. Willkommen zurück beim Trash-Taucher, dem Trash-Film-Podcast. Und heute habe ich mir einen grünen, glitschigen Freund rausgesucht, den ich euch heute präsentieren möchte. Und zwar den 70er-Jahre-Trash-Horror-Film Sliffes. Aber worum geht es eigentlich in Sliffes? Die Handlung In Van Nuys Beach am Strand von Los Angeles kommt es zu einer Reihe bizarrer Morde. Die einzige Spur für die Behörden ist eine schlammartige Substanz, die bei den übel zugerichteten Opfern zurückbleibt. Zunächst glaubt man an einen Ritualmörder. Erst als der Journalismuslehrer Wayne Connors von der örtlichen Highschool herausfindet, dass der Schlamm radioaktiv verseucht ist und dass ein Leck in einem nahegelegenen Atomkraftwerk dafür verantwortlich ist, beginnt man in eine andere Richtung zu denken. Es stellt sich heraus, dass der Schlamm Bakterien und andere Lebensformen absorbiert und diese Rasen schnell mutieren lässt. So ist auch der Sliffes, ein monströses Wesen, halb Fisch, halb Mensch entstanden, der nun die Bevölkerung von Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt. Die Entstehung Sliffes ist ein Low-Budget-Horror-Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1978. Hatte ein Budget von etwa 100.000 Dollar, was für die Zeit immer noch nicht viel Geld war, deswegen ist es weiterhin als Low-Budget einzustufen. Regie und Drehbuch stammen von Stephen Trexler, der bis dahin im Filmgenre noch nie Fuß gefasst hat, dort seine ersten Gehversuche sowohl in der Regie als auch mit dem Drehbuch gemacht hat und gnadenlos gescheitert ist. So viel kann ich vorwegnehmen, denn er hat nach Sliffes nur noch einen einzigen TV-Film selbst als Regisseur und als Drehbuchautor umgesetzt und ist seitdem nur noch, in Anführungszeichen, im Produktionsmanagement zu finden gewesen. Und deswegen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein großer Durchbruch war, aber schauen wir auch mal auf die Schauspielerriege, die hier definitiv ihren Durchbruch erhofft haben, wahrscheinlich aber den leider nie spendiert bekommen haben. Allen voran der Hauptdarsteller Alan Blanchard, der den High-School-Journalismus-Lehrer Wayne Connors spielt, aber auch in weiteren Rollen sind zu sehen Judy Motulski, J.C. Clare oder auch Mello Alexandre als Captain Alexander, der später noch relevant wird für die Monsterjagd auf Sliffes. Und natürlich auch das Monster selbst hat einen Schauspieler spendiert bekommen, Wyn Condict, namentlich. So viel zur Entstehung des Films. Aber was bei mir hängen geblieben ist, das erfahrt ihr jetzt. Mein Eindruck. Und ich muss wirklich sagen, also Sliffes ist definitiv einer der stereotypischsten Trash-Filme, die ich seit längerer Zeit mal wieder in die Finger bekommen habe, muss ich sagen. Denn wir haben wirklich die Ausgangslage, die böse Atomkraft, das böse Atomkraftwerk ist leck geschlagen und hat die Flüsse verseucht. Und deswegen gibt es jetzt einen, ja, glibber Mutanten-Fischmenschen-Hybriden. Das erinnert doch sehr, sehr stark an, natürlich die Koryphäe des atomverseuchten Mutanten-Films Godzilla himself. Aber natürlich auch an Auswüchse wie zum Beispiel Universals der Schrecken vom Amazonas, wo es jetzt nicht um ein atomarverseuchtes Wesen geht, geht aber um einen Ur-Fischmenschen, der eben da sein Unwesen treibt. Aber es hat auch sehr viele Anleihen, und da komme ich auch noch drauf zu sprechen, an den weißen Hai von Steven Spielberg. Aber das Ganze in schlecht, in wirklich nicht gut umgesetzt und so low-budget, dass nicht mal die Kaffeekasse irgendwie noch klingeln könnte. Also es ist einfach nur Trash vom Feinsten. Aber ich habe wirklich Spaß daran gehabt. Und warum, sage ich euch gleich. Aber Spoiler vorweg, ich werde sehr, sehr viel ragen, denn es gibt so viele dumme Dinge in diesem Film, so viele dumme, doch aussprechliche Dinge in diesem Film, die ich ansprechen muss, sonst komme ich hier einfach nicht vom Mikrofon weg. Und wir fangen einfach an mit der Geschichte. Und die Geschichte ist so dumm, wie sie einfach lustig ist. Denn dieser Highschool-Lehrer Wayne Connors, also man bekommt ihn direkt am Anfang vorgestellt, und er ist eben Journalist, aber scheinbar nicht der Beste, deswegen muss er sich sein Brot als Journalismus-Lehrer an einer Highschool verdienen, ist da auch entsprechend nicht so beliebt bei den Schülern. Sie rangsalieren ihn so ein bisschen, nehmen ihn gern mal auf die Schippe. Seine Frau versucht ihn da immer zu unterstützen und sagt, oh ja, lass dich doch nicht so runter machen, mach was aus dir, bring dich ein. Und das macht er dann auch, und zwar indem er einfach ganz dreist, investigativ an einem Tatort auftaucht. Und man muss dazu sagen, die Geschichte beginnt mit zwei Jungen, die spielen am Flussufer. Und sie spielen Frisbee. Und wir haben so ein typisches Klischee, wir haben so eher den sportlichen Jungen, kurz so blonde Haare in einem Flanellhemd, und wir haben den etwas dickeren Jungen. Und die beiden spielen Frisbee in Zeitlupe miteinander. Es ist total weird, weil sie laufen in Zeitlupe, bewegen sich in Zeitlupe, heben die Frisbee auf in Zeitlupe, es ist aber absolut nicht sinnvoll, hier Zeitlupe einzusetzen, weil es ist einfach tierisch langweilig, diesen Kindern beim Spielen zuzusehen. Aber der Witz an der Sache ist, wenn sie dann anfangen, miteinander zu reden, reden sie im Normaltempo, während das Bild immer noch in Slow-Mo läuft. Also es ist super weird. Und da bekommen wir dann auch schon den ersten Impact, den ersten Schockmoment des Films Sliffers, denn die beiden finden am Flussufer, beziehungsweise am Kanalufer, einen gefressenen oder halb gefressenen Hund. Ja, sollte man meinen. Also man erkennt eindeutig, da liegt einfach ein Hund, der scheinbar darauf trainiert wurde, sich da zu platzieren. Und er hat einfach eine Maske angezogen bekommen, die so aussehen soll, als hätte sich ihm die Haut vom Schädel gepellt, oder als hätte ihm irgendwas die Haut abgerissen. Es sieht aber einfach aus, als hätten sie ihm ein verdammtes Glas Erdbeermarmelade über den Kopf ausgeschüttet und gesagt, okay, Wifi, Platz, und du bleibst. Und diese Kinder finden ihn da und finden das irgendwie weniger erschreckend, dafür irgendwie mehr lustigend und fahren dann mit ihren Fahrrädern davon und erzählen das dann entsprechend irgendwo ihren Eltern oder was. Und am nächsten Tag große Schlagzeile im städtischen Schundblatt, tote Tiere am Kanalufer gefunden. Sind es Ritualmorde? Und dann denkt man sich sofort so, okay, dankeschön, ihr habt mich direkt abgeholt. Jeder, der in sowas Ritualmorde interpretiert, weil ein toter Hund am Kanal irgendwo rumliegt, da muss scheinbar nicht viel passieren. Und das ist fucking Los Angeles. Also die Stadt der Engel, Millionenstadt Hollywood himself sitzt dort und dann macht sich die Stadtteilpresse darüber, mockiert sich darüber, wow, da sind tote Tiere gefunden worden. Was kann das bedeuten? Sind da Ritualmörder dahinter oder Sekten oder andere Kriminelle? Also, hm, weiß nicht, kaufe ich den nicht so ganz ab, dass denn nichts anderes passiert in Los Angeles und genau an diesem Tag. Es geht dann einfach auch weiter mit Charakteren, wie zum Beispiel Wayne Connors bestem Freund, der zufällig ein, ja, Wissenschaftler ist, in Anführungszeichen. Ihr seht sie gerade nicht, aber ich mache gerade Anführungszeichen. Und zwar, weil er sich selbst einfach irgendwelchen Bullshit erzählt, dann anderen Leuten Bullshit erzählt und die Leute diesen Bullshit glauben und anderen Leuten wieder diesen Bullshit erzählen. Und so funktioniert Wissenschaft in Slyphes. Es ist total weird. Also, man muss jetzt so sagen, Wayne Connors kommt dann irgendwann an einen Tatort, denn es wurde ein Pärchen nachts, grausam in ihrem eigenen Haus dahin gemetzelt. In ihrem Wohnzimmer liegen sie überall Blut und was. Und Wayne Connors denkt sich so, wow, ich habe davon gehört, ich muss dem nachgehen. Ich bin investigativ unterwegs. Und er geht zum Haus und er findet diesen Tatort. Das Erste, woran man denkt, bei einem Tatort ist vielleicht, okay, da ist klassischerweise irgendwie Flatterband oder irgendwelche Polizeiwachen abgestellt, damit niemand diesen Tatort betritt und Untersuchungen angestellt werden können. Ja, Wayne Connors geht einfach in dieses Haus hinein. Die Tür ist nicht mal abgeschlossen oder irgendwie verbarrikadiert. Und er findet einfach den Tatort ohne Absperrung, ohne Markierung, ohne irgendwas. Und er fängt dann auch fleißig an, in den Beweismitteln rumzupulen und entdeckt dann diesen merkwürdigen Schlamm. Und im nächsten Moment kommt ein Polizist reingerast, der gerade aussieht, als wäre er vom Polizeimotorrad gefallen. Er hat noch den Helm auf und eine merkwürdige Lederjacke und schreit ihm dann, oh, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Weißen Sie sich aus? Und dann kommt der wohl bürokratischste Akt, den ich jemals in so einem Film gesehen habe. Wayne Connors packt seine Geldbörse aus und zieht einen Ausweis nach dem anderen und der Polizist schaut sich diese Ausweise an. Langweilig, ohne Ende. Der hat einen Personalausweis dabei, der hat einen Presseausweis dabei, er hat einen Führerschein dabei und dann unterhalten die sich über seine Ausweise. Super weird. Und der Polizist stellt dann fest, ah, okay, Sie sind jetzt hier, bla bla bla, machen Sie aber nichts falsch. Und dann auf einmal switcht das Gespräch um, weil der Polizist Halsschmerzen hat. Wayne Connors hat zufällig Halsschmerztabletten dabei, gibt ihm eine und danach sind sie best friends und er darf da weiter untersuchen und darf seine Matschprobe mitnehmen. Und der Polizist verschwindet wieder. Ja genau, so geht Tatortsicherung, so geht ernsthafte Polizeiarbeit, wenn es um Mordaufklärung geht, definitiv. Mr. Trexler ist dann sehr gut erfasst. Und man hat nur solche Charaktere. Wie gesagt, sein Freund, der Wissenschaftler, diesmal hört man die Anführungszeichen, er bekommt dann diesen Schlamm und es sieht einfach aus, als würde er sich eine Cola aufkochen auf einem Gaskocher, die ein bisschen vor sich hin blubbert und dann hat die die Erkenntnis, Haha, er ist radioaktiv. Und so beginnt dann so dieser Trip und dieser Investigativ-Pseudo-Journalist Connors eiert dann von einer Station zur nächsten. Er nimmt dann Kontakt auf mit dem Leiter des Atomkraftwerks. Die weiß natürlich alles von sich. Es gäbe kein Leck, es gibt keine Verunreinigung. Dann trifft er einen Wissenschaftler, der selbst Opfer geworden ist von atomarer Strahlung beziehungsweise Austritt von irgendwelchem atomar-radioaktiven Material und sein Gesicht ist zur Hälfte, ja, man könnte ja nicht sagen geschmolzen, aber irgendwie merkwürdig aufgedunzen und als hätte man ihm eine Torte ins Gesicht geklatscht und Hautfarben angemalt. Also super merkwürdige Maske auch an der Stelle. Auch diese Gespräche untereinander sind so, so absolut belanglos. Dieser Connors weiß eigentlich schon alles. Also man braucht den Film, ich müsste ihn eigentlich gar nicht gucken, weil er ist eigentlich der Wissenschaftler, der Journalist, der Polizist, der Angler, der Jäger. Er ist alles in einem und lässt es dann auch immer raushängen und oh, super anstrengend dieser Mann. Und dann legt er sich mit dem Polizeichef an, der noch relativ lustig ist, er ist ein bisschen cholerisch und sieht aus wie so eine Penner-Version von Charlie Chaplin, aber ja, mit so einem ekelhaft, also er hat kaum noch Haare auf dem Kopf, aber dafür so schön an der Seite runtergewachsen, wie dieser eine Piraten-Zombie aus Pirates of the Caribbean. Und er hat sich schön über die Glatze gekämmt, damit er noch schleimiger wirkt. Und er wimmelt dann Connors ab, aber irgendwie doch nicht. Und dann darf er doch seinen Willen machen. Und dieser Wayne Connors ist einfach die Hauptfigur und er soll ja irgendwie Sympathie oder mitreißend sein oder was und er ist einfach nichts. Außer nervig, vorlaut und alles wissend und dann doch wieder nichts wissend. Also super schräge Charaktere, die der Mr. Traxler hier geschrieben hat. Aber in feinster Trash-Manier natürlich. Also so schlechte Charaktere können nur zu so einem Film auch passen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, der Weiße Hai hat auch seine Anleihen in Slyphes und zwar nicht so wenige. Denn allein dieses Szenario zwischen Wayne Connors, wenn er auf der Suche ist in feinster Roy Scheider-Manier und er will seine Stadt beschütten als Journalist und Polizist und alles gleichzeitig. Und er braucht dann natürlich die Hilfe eines kompetenten Bootsführers, nennen wir ihn mal so. Und er findet dann in Mellow Exandrias Rolle als Captain Alexander einen fähigen Bootsmann mit Boot, mit dem er sich so ein bisschen anfreundet, mit dem er dann so merkwürdige Handschlag-Rieten sich überlegt. Und der Weiße Hai schimmelt hier durch und durch, denn die beiden sind dann auf ihrem Boot unterwegs und fahren dann raus in die See und wollen das Monster bekämpfen, indem sie die Schleusen zudrehen und es so nach draußen treiben wollen. Und dann wollen sie ihn ködern. und es ist wirklich, als würdet ihr der Weiße Hai gucken, aber ohne alles, was den Weißen Hai gut macht und es hätte einfach irgendjemand nachgedreht daheim in seiner eigenen Badewanne mit einer, ja, Mutantenschildkröte. Also diese Anleihen an der Weiße Hai sind glorreich. Und auch viele Dialoge zwischen beiden, so diese typische, er ist der Journalist und er ist der harte Seemann und sie unterhalten sich und geben sich dann untereinander Anweisungen und betteln sich so ein bisschen. Es macht Spaß. Also Dialoge sind auch bewährt dumm, aber sie machen trotzdem Spaß. Natürlich geht es dann auch weiter, wenn wir eine komische Grundgeschichte haben, dämliche Charaktere, dann haben wir natürlich auch dämliche Dialoge. Und die haben es wirklich in sich. Wobei ich hier tatsächlich oft lachen musste. Und das liegt einfach daran, dass die Dialoge, ich weiß jetzt nicht, ob es in der deutschen Variante einfach liegt, weil ich habe bisher nur die deutsche Variante gesehen, die haben mich doch sehr, sehr stark an Konsorten wie Bud Spencer Filme oder ähnliche Martial Arts Filme aus den 70er, 80er Jahren erinnert, die irgendwelche Sprüche kloppen und sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Genau solche Sprüche kommen hier auch und dann hast du halt das Szenario, da ist irgend so ein schleimiger Yachtinhaber, der in irgendeinem billigen ja, Casino, nee, es ist eine Kneipe, abhängt. Das Lustige ist, das Event des Abends in dieser Kneipe, es scheint Samstagabend zu sein, alle Ströme in dieser Kneipe, ganz Los Angeles ist in dieser Kneipe und was schauen sie sich an? Schildkrötenrennen. What the fuck? Also ganz ehrlich, die haben einfach einen riesigen Badezuber ausgehöhlt, setzen den in die Mitte, haben außenrum einen großen Kreis gezogen, setzen in diesen Badezuber Schildkröten rein mit Markierungen, also da sind irgendwelche lila Klebepunkte drauf oder eine Mini-Palme oder keine Ahnung was, um die zu unterscheiden und dann nehmen die den Badezuber hoch und dann rennen diese Schildkröten wie die Bekloppten, also ich habe noch nie Schildkröten so schnell rennen sehen, zu dieser Ziellinie und wer als erstes drüber ist, gewinnt. Also Pferderennen in noch billiger, weil man sich keine Pferde leisten konnte, dafür einen Haufen Schildkröten. Das ist super lame, aber es scheint das Event der Stadt zu sein, denn alles hängt da rum und auch dieser schleimige Yachtbesitzer und er gabelt sich dort eine zum Glück gerade 18 Jahre alt gewordene Dorfmatratze angehende auf und er bringt, er fährt dann mit ihr zu seiner Yacht, also die haben auch relativ kompromisslos sie einfach mitgekommen und da fährt ihn mit seinem schicken alten, keine Ahnung was er fährt, irgendwas Protziges, aber doch nicht so protzig, weil hey, es ist ein Low-Budget-Film und er quatscht dann mit ihr so ganz herablassend, belanglos und sie ist so, oh ja, ganz schön und wir bist nur so und keine Ahnung und er ist so voll auf, oh ist mir egal, was du willst, ich weiß genau, was du brauchst und du kommst mit und machst die ganze Zeit eine zweideutige Anspielung ohne Ende und zum einen bringt er dann einfach einen Spruch, ey, du hast ja aber ganz schön stramme Beine, nicht? Und sie meint dann so, ja, ich mache ja auch viel Sport und so und er antwortet dann nur so, ja, vor allem und so, ne? Und da denkst du so, wow, okay, du weißt genau, wo dieses Gespräch hinläuft, nämlich genau in das Bett, was er wahrscheinlich auf seiner Yacht hat, wo er die arme Unschuldige gerade hin kutschiert und das passiert dann auch entsprechend, also Spoiler, sie gehen dann auf seine Yacht und machen dann rum, lustigerweise die unsexieste Szene überhaupt, also wenn sie am Rumknutschen sind, es sieht eher aus, als würde er ganz sporadisch seiner Mutter am Geburtstag einen Kuss auf die Backe drücken, weil er keinen Bock hat. So kommt es rüber und so ist diese ganze intime Szene zwischen diesen beiden merkwürdigen Charakteren. Es endet dann natürlich im Tod beider, oh, Spoiler, Slif, es kommt dann auch dazu zu dieser Yacht miteinander über Nachtparty und macht dann ein bisschen Rambazamba, lustigerweise auch wieder in Zeitlupe, ich weiß nicht, ob das dazu gedacht war, um einfach den Film ein bisschen zu strecken, aber viele Szenen sind in Zeitlupe und man weiß nicht warum, es hat einfach keinen zusätzlichen Effekt, also weder was schockierend ist, noch weil es extremst blutiger ist und weil man noch mehr Gore zeigen kann, aber auf die Effekte komme ich gleich noch zu sprechen, weil ein Dialog ist mir noch im Kopf geblieben und ich habe gedacht, heilige Scheiße, Mutter Maria Gottes, das ist ein Ehepaar, das war, Spoiler, die ersten Opfer des Films, also die menschlichen Opfer, tierische Opfer sind die Hunde am Kanal, ein mittelaltes Ehepaar, wahrscheinlich schon 30 Jahre verheiratet und sprechen ein bisschen grumpy und sie hören nur nachts Geräusche unten in ihrem Wohnzimmer und die Frau so, ah, das ist bestimmt der Hund und der Mann hat aber keinen Bock aufzustehen und sie so, ah, geh doch mal runter, guck mal nach dem Hund und er sträubt sich halt und tut so, als würde er schlafen und sie nervt ihn halt, bis es Licht anmacht und dann steht er auf und so, oh, ja, ich geh jetzt gucken und wehe, der Hund ist wieder bei den Hühnern zu Gange, dann dreh ich ihm den Hals um und auf einmal switcht das Gespräch um und er fängt nämlich an, sich anzuziehen, um rauszugehen, was ja logisch ist, also ich geh jetzt auch nicht in Unterhose, in meinen Garten, egal wo ich wohne, egal welche Uhrzeit, kann man mal in der Großstadt, kann man sich ja ruhig mal was überwerfen. Also er zieht dann Hose und alles an und dann fängt sie ein Gespräch an, ja, warum er denn auf einmal seine Klamotten anzieht, sie hat ihm doch so einen wunderschönen Bademantel gekauft, er soll doch den mal anziehen und dann bringt der Mann einfach den Spruch des Films, er sagt dann einfach knallhart zu seiner Frau, ich zieh mich jetzt schon seit 42 Jahren nach dem Aufstehen an und ich werd so schnell nichts daran ändern. Und er zieht und dann geht er runter und er stirbt dann, Spoiler, weil das Monster ist natürlich bei denen eingebrochen auf Nahrungssuche und aber diese Sprüche, also allein wegen der Dialoge ist es definitiv wert, sich diesen Slifers anzugucken. Warum es noch wert ist, also wir haben jetzt schon dumme karriere Geschichten, Dialoge, jetzt kommen die Effekte und die Effekte haben es in sich und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn in sich selbst sind die Effekte so schlecht und so schlimm, dass es aber schon wieder absolut unterhaltsam ist und das ist das große, große was ich Slifers hier anrechne. Wir haben zum Glück inzwischen die FSK 18 Uncut Version von Slifers, die wir hier auf dem Markt zugänglich haben. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Blut und das Monster kaut ein bisschen länger an seinen Opfern rum, aber die Effekte sind einfach definitiv aus der Effekthölle. Also Special Effects huiuiui für 70er Jahre ist, das hat einfach krasse, ich hatte krasse Troma-Flashbacks, also Troma, zu dem Zeitpunkt gab es die für das Unternehmen zwar schon, aber der erste wahre Troma-Klassiker kam ja erst mit Toxic Avenger 84, also 78 sind wir hier dran, da hat Steven Traxler schon das gemacht, was Troma später auch gemacht hat, aber was sie dann erfolgreich gemacht haben im Nachgang und er macht einfach alles, was effektemäßig ist, handgemacht, das ist ja schon mal eine Sache, aber wortwörtlich handgemacht, also das Monster schlägt nach irgendeiner Person, eine junge Frau auf der Yacht, das Monster schlägt die Frau zu Boden und sie beginnt auf einmal am Hals zu bluten. Tja, blöd nur, dass das Monster vorher in der Einstellung klar erkennbar Farbe an der Hand hatte und es einfach der Frau quer durchs Gesicht gezogen hat und deswegen hat sie jetzt eine Wunde in Anführungszeichen im Gesicht und dann geht es noch so weiter, also die Effekte sind echt schlimm, wie gesagt, diese Fake Wunde von den Hunden, am Anfang habe ich schon erzählt, die Erdbeermarmelade, Gesichtsmaske oder einfach aufgerissene Körper, also es ist klar, dass die erkennbar, es gibt keine Gedärme zu sehen, jede Menge Kunstblut, die Farbe des Kunstblut ist beunruhigend rot, also es ist einfach Chemie-rot, aber das ist nicht mal das Geilste, also der wirklich, der Oberknaller ist das Monster, ist das Monster von Sliffes, denn das ist einfach das geilste trashige Gummikostüm, was ich wirklich seit langem mal wieder gesehen habe, das ist einfach nur oh, schön, also da geht mir geht dann wirklich das Herz auf und du denkst so oh, wie geil, das ist einfach so eine verfickte Mensch-Fisch-Hybrid-Mischung, und man könnte es, wie soll ich es euch beschreiben, also lasst euch nicht von dem Cover von Sliffes heuschen, es sieht nicht annähernd so aus, aber es sieht einfach aus, als wäre es ein fucking Ninja Turtle mit Mutanten-Akne, das ist genau das, was Sliffes am besten trifft, das Monster hat einfach die Akne seines Lebens hinter sich, hat zerfurchte Krater, die bei Nahaufnahmen und es gibt sehr viele Nahaufnahmen vom Gesicht, einfach nur boah, also da will man am liebsten mal so ein bisschen drin rumpulen und sagen, kann ich da mal was drauf schmieren, das sieht nicht so gesund aus, und das Monster aber im Allgemeinen sieht einfach aus wie eine aufgequollene Ninja Turtle ohne Panzer, und dann hat es noch diese Anleihen eben vom Fischmenschen, beziehungsweise vom Kiemenmenschen aus Schrecken vom Amazonas, die Kopfform soll daran angelehnt sein, er ist nur wesentlich korpulenter, also es ist so ein richtiger Buddy-Bilder-Mutant, könnte man schon fast sagen, er ist auch entsprechend unbeweglich, also er dreht sich meistens auf der Stelle und schlägt, deswegen auch in Zeitlupe, aber ansonsten ist er nicht wirklich agil, also ich kann mir nicht vorstellen, wie der unter Wasser schnell schwimmen kann oder will, und vor allem hat er Szenen, wo er dann einfach aus dem Wasser auf eine Yacht oder auf einen Steg springt, ungefähr, ich sag mal, anderthalb Meter Höhe, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Vieh das hinkriegt, ohne eine Leiter oder ohne eine Hilfe von unten, einfach so ein Spezialantrieb, aber es ist einfach supergeil, dieses Monster, es steht einfach da und dreht sich in der Gegend rum, die Kiemen hängen ihm aus dem Kopf beziehungsweise aus dem Hals raus, es sieht aus, als hätte er so rosanes Seidenpapier oder Bastelpapier an der Seite hängen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da mit dem Wasser gut aussieht beziehungsweise das geht dann wahrscheinlich einfach ab, da schwimmt dann einfach so, da schwimmt dann die Warze weg und da schwimmt die Kieme weg und der Fuß direkt hinterher, aber dieser, dieser Slithus Monster ist der Knaller, also Troma, Flair vom Feinsten, wirklich, also ihr werdet es lieben, wenn ihr den Film mal in die Finger kriegt, ja und ich glaube, das ist auch das, was mir am Film wirklich, also die Mischung ist einfach tödlich, die ist toxisch, die ist wirklich oh mein Gott in Reinform, aber ihr werdet es lieben, ich habe es geliebt, ich habe wirklich gelacht, ich habe gedacht, okay, was kann denn noch schlimmer werden als okay, es kann noch schlimmer werden und am Ende geht er aus diesem Film raus, Anmerkung, er geht nur 83 Minuten, der fühlt sich an, als ginge er nicht mal eine Stunde, also der geht so schnell an euch vorbei und ihr denkt so, huch, war es das schon, war das der Film, muss ich nochmal gucken, wahrscheinlich ist so der Wiedersehwert entstanden, dass man sagt, huch, der ist so schnell vorbei an mir gerauscht, ich muss gerade nochmal starten, am besten nochmal in einer anderen Sprachfassung, das werde ich demnächst auch nochmal machen, ich werde mir nochmal auf Englisch anschauen, aber Freunde von Troma oder anderen urzeitlichen Trash-Filmschmieden da draußen, also jetzt nicht den ganzen Asylum-CGI-Scheiß, wirklich den klassischen Shit, holt euch Sliffes, schaut ihn euch an, schaut ihn euch mit Freunden an, schaut ihn euch mit Freunden an, die vielleicht, denen ihr nicht verratet, um was es in diesem Film geht und genießt einfach die Reaktionen oder ihr holt euch Freunde ran, die genau wissen, was ihr erwartet und ihr habt einfach den Abend eures Lebens, einfach mit einem Bierchen dabei oder eine ganze Kiste oder ein bisschen Schnäpseln, also wie ihr auch immer euren Abend am besten verbringen wollt, tut es mit Sliffes. Trivia! Natürlich hat Sliffes auch ein paar Hintergrundinformationen, die etwas skurriler sind als die Hauptstory selbst und die habe ich für euch mal zusammengestellt. Und zwar muss man vorweg sagen, der Monsterdarsteller Wyn Condict musste angeblich den ganzen Tag im Kostüm bleiben, weil sein Kostüm hatte keine Reißverschlüsse oder Schnallen. Das heißt, man konnte es ihm nicht einfach mal auf die Schnelle ausziehen und es musste jedes Mal zugenäht werden, wenn er darin einsteigen sollte und deswegen hat er sich den ganzen Tag in diesem Kostüm um die Ohren geschlagen. Da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Trivia-Punkt. Der Film wurde in zwölf Tagen abgedreht, also wahrscheinlich auch aus Budgetgründen und teilweise mussten die Darsteller bis zu 15 Stunden Drehzeit am Tag verbringen, also am Set sein und wenn ich das jetzt mal auf den armen Mr. Conduct reflektiere, kann er einem schon ein bisschen leid tun, wenn die das tatsächlich irgendwo in Kalifornien gedreht haben, wahrscheinlich bei einer Bullenhitze. da steht aber die Suppe in den Stiefeln, das glaubt ihr. Was noch nice to know ist, Stephen Trexler, der Regisseur und Drehbuchautor, plante ursprünglich auch ein Sequel von Slithis, unter anderem sollte dort Mellow Alexandria auf Monsterjagd gehen und er bekam aber nie genug Geld zusammen, deswegen gibt es einfach keine Fortsetzung von Slithis. Abschließend habe ich noch herausgefunden, dass es damals bei der Filmpremiere 1978 ein besonderes Fangimmick gab und zwar hat jeder Kinobesucher von Slithis eine sogenannte Membership-Card in Form eines Slithis Survival-Kit bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine kleine faltbare Papierkarte mit einem Foto von Slithis drauf und den goldenen Regeln, wie man mit dem Film am besten umzugehen hat und zwar unter anderem, dass man Slithis immer gut heißen soll und man soll sich das Bild unter das Kopfkissen legen, damit Slithis, wenn er auf Tour geht bzw. die Nachbarn verschandelt, euch in Ruhe lässt und man konnte dort seinen eigenen Namen eintragen, wie so eine kleine Club-Mitgliedkarte und der Club saß damals in Des Moines in Iowa, scheinbar gibt es den nicht mehr, aber ich muss sagen, mir gefällt die Idee richtig gut, sowas gibt es heutzutage ja gar nicht mehr und gerade in Fankreisen wird so eine Mitgliedskarte wahrscheinlich richtig Eindruck machen und richtig beliebt sein, also wenn irgendjemand von euch da draußen weiß, wie man an so eine Membership-Card vom Slithis-Fan-Club rankommt, gerne bei mir melden. Streaming-Empfehlungen Als Streaming-Empfehlung habe ich für euch eine ganze Reihe von Filmen und zwar startet diesen Freitag die insgesamt achte Schläfahrts-Staffel und zwar ist es wieder eine Advents-Staffel, wer hätte es gedacht, die Adventszeit steht vor der Tür, deswegen vier Filme erwarten euch ab dem 27. November bis einschließlich 18. Dezember und den Start macht diesen Freitag um 22 Uhr auf Tele 5 Planet of the Sharks quasi eine Art ja, wie haben sie es genannt eine Art Waterworld Sharknado Mix für Arme also schaut ihn euch an holt euch einen schönen Cocktail und gönnt euch einfach die Advents-Staffel von Schläfahrts auf Tele 5 die Jungs machen sich ja immer viel Arbeit mit und wir haben auch definitiv wieder viel Spaß damit das verspreche ich euch so, das war die aktuelle Folge vom Trashtaurer dem Trashfilm-Podcast die nächste Folge hört ihr am 7. 12. gewohnt hier und wöchentlich die Trash-News jeden Freitag ab 10 Uhr macht's gut bleibt gesund